Viele glauben, sie sind gescheit und nur sonst ist alles mies. Die ganze Welt erklärts, das ist ganz einfach. Doch ich sag's, wie es ist, gibt's sowas wie ein Mundschutz auch fürs Hirn. Ich find, das sollte man ausprobieren. Man muss nicht jeden Scheiß kommunizieren. Gibt's sowas wie ein Mundschutz auch fürs Hirn. Manche Leute haben ein Goschengeschwinder. Wer ihr Hirn angerast, heute sind die Fingergeschwinder. Schreibst ein Posting, zack und aus. Gibt's sowas wie ein Mundschutz auch fürs Hirn. Ich find, man sollte es ausprobieren. Man muss nicht jeden Scheiß kommunizieren. Gibt's sowas wie ein Mundschutz auch fürs Hirn. Ich find, man sollte es ausprobieren. Auch der Depp, der so gern Frauen auf den Händen greifen tut. Gibt's sowas wie ein Mundschutz auch fürs Hirn. 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 Gibt's sowas wie ein Mundschutz auch fürs Hirn.